Wir müssen unsere Brüder finden, zwar schnell. Tiny, du kommst auch mit? Und jetzt los! Halten eure Cupcakes fest! Sollten wir wirklich ein Baby ans Steuer lassen? Zu deiner Information, ich habe einen Führerschein auf Probe. Wer ist der Ultima im Endface? Die bessere Frage ist, bist du eine Spionin? Was? Nein. Halt sie auf Kurs, Tiny. Was hat Ende der Straße zu bedeuten? Ah, Sponde!